Katharina Sribotnik, die Sie hier groß sehen, 27 Jahre alt, derzeit die 21. Und sie wird herausgefordert von Flavia Penetta aus Italien, die ist 26 im Omnipi Nummer 17. Und mit dem grandiosen Erfolg im Kopf, gestern die Nummer 1 der Welt geschlagen zu haben, zum ersten Mal in ihrer Koffe im System. Aber Fakt ist, Penetta liegt mit dem Brake vorn.